Jo Leute, Herzlich Willkommen zu meinem Daily Vlog auf meinem Channel! Heute spiele ich mal wieder auf Fortnite! Und wir sehen uns dann später, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Fortnite, okay? Ciao! So, und jetzt tue ich mein Zimmer noch ein bisschen aufpimpen. Also hier ist das Handy in den Knöpfen. Da dabei. Dann die Schere nehmen. Schlerwandel. Einfach Fink, normales Panzerteig. Und das möchte ich halt, dass Schena ausschaut. Und vielleicht das noch der Oman an und so. Dass es nicht so scheiße ausschaut, wenn du das Kavi einfach hängst. Oh ja, hier sieht man hier. Da kannst du das Kavi schrauben. Danke. Jo. Jetzt habe ich noch meinen Akkuschrauber. Ich habe da unten nur die Siegsparks. Vielleicht zieht du es hier. So, mit zwei Schrauben einfach hier geschraubt. Und jetzt hebt er. Hoffentlich. Und ja. So, schaut euch mein Schreibtisch aus. Jo. Da mache ich noch Arame gerade auf. Ich spiele gerade noch ein bisschen Minecraft. Ja, und das war's eigentlich mit dem heutigen Daily Vlog. Ciao und lass gerne ein Like und ein Abo da. Dann ist es auch gar nicht. Ich hole mich gerade noch mit dem Backdelesferen. Ich habe mir auch hier eine Schrauben. Ich hole mich noch eine Schrauben. Du sonst seine Schwetze. Vielen Dank.